mach ich den bild noch mal auch noch mal warum nicht aber ich muss erst ich muss nicht aber ich wollte erst das hier glaube ich ich kann ein bisschen rum dass du dich direkt das zeichen kondome zu kaufen mehr sie mehr mehr würdest du doch nicht schließen du hast dir wohl das falsche tank-item geholt einer der soll die fresse halten wurde sich schon laut stark beschwert ich glaube du soll nicht freuen uns hardware brauchen hardware oder was oder hardwood amelett aber könnte auch hat wohl sein ich glaube ich habe kein motto ist nicht das ist jetzt war auch die einzige chance man kann es nur beim ersten erst mal kaufen danach nicht mehr das ist jetzt vorbei weil du stirbst ja auch nicht deswegen kannst du dir keine weiteres tank-item und das ist das problem was wir jetzt haben und du hast uns da rein manövriert durch das jetzt schreiben dass eine andere chance mehr gibt lass ihn sich ausrollen der hat wahrscheinlich ein sehr schweres leben wirklich wenn das seine probleme sind welches item der tanks sich in zweit als erstes holt ich finde ich aber auch wichtig die richtigen probleme im leben sind die einzigen probleme todkrieg alles unnichtig du hast du nicht hart für die mädel das ist für den schonen suizid werde ich dann also muss ich sagen ob er stürzt sie auch gleich von der nächsten brücke möglich ja die ist jetzt gestorben weil du dir hart wohl nicht geholt hast ich glaube auch nur zu pech er hat sich auch nicht gesperrt aber trotzdem zum prinzip ding er hat jetzt ein kill weil du dir hart wohl nicht geholt hat ich bin gestorben weil du dir hart wohl das verzei ich dir jetzt mal vielleicht den nutzen von schuhen und kusanarin besser nutzen müssen ja aber mit level 1 h h h x d ich bin jetzt auch echt hart am überlegen das einfach gar nicht zu Ah, hol's dir, es ist sinnvoll. Aber ich brauch physical protection. Was lässt du dir auch auf physical holen? Ich kaufe das. Bis zu dem ist ja eh alles gleich. Dann kaufe ich einfach was anderes. Dann verkaufe ich es wieder. Dann verkaufe ich es einfach wieder. Dann ploppt dir unten die Meldung auf, dass du es dir gekauft hast. Und dann verkaufst du es einfach wieder. Du kaufst dir dann so ein richtig undüsses Tank-Item. Nicht nur mit einem Damage-Item. Aber irgendwas mit einer Aura. Damit das angezeigt wird. Aura, Schmaura. Ich glaube, dann kickt bei dem alles. Dann ist bei dem wahrscheinlich Synapsenüberschuss oder sowas. Dann platzt wahrscheinlich der Kopf. Alter, Haus, geh doch mal weg. Da greifst du dir Hartmut nicht wohl. Das ist nämlich XD-Ophilcopter. Oder so. Ich glaube, so redet die Jugend heute, oder? Keine Ahnung. Ich bin kein Jugend. Ich bin auch nicht. Ich bin auch kein Jugend. Ich bin nicht raus. Krass. Ja. Letztens ganz traurig im Auto eingefallen. Oder aufgefallen. Als sie in dem Radio von irgendwelchen Statistiken gesprochen haben, wo sie Jugendlichen gefragt haben. Und dann gingen die halt bis 22 oder so. Und dann saß ich dann und sag mir so, ah. Wo sind denn der erste Arme, ne? Du bist mein Tod im Verhältnis. Muss man jetzt auch hier alles zustehen, also. Das war auch der einzige Unterschied. Der Schneiden. Wie alt bist du? 35? Ja. Ja. Ja, wie bist du denn? Ich werde 39. Ja, sag doch 35. Hm. Plus 4. Ja. 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 Jetzt muss mal einer nah genug kommen. Hm. Da kommt aber keiner nah genug, weil die genau wissen, dass du da stehst. Da stehe ich mich halt einfach hier. Ah, okay. Das ändert alles. Wenn ihr es doch getroffen hättest, das wäre krass gewesen. Das wäre krass. Hätte ich jetzt Hartmut Army gehabt. Mann, Mann, Mann. Ja, da wäre aber ja ganz vorbei gewesen. Da hätte sie wahrscheinlich alle gleichzeitig herangezogen. Na, aber hallo. Ich glaube, so funktioniert das Item. Mit Sicherheit, ja. So einen krassen Stellenband, wie das für ihn hat, muss das ja so funktionieren. Ich meine, der hatte ich immerhin dafür an, ich steht. Hm. Hm, 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 hm. Und das machen nicht viele. Nee, das stimmt. Das ist aber mal richtig true. Ich treffe ja auch nicht, ey. Ich mache das. Jetzt, jetzt kann er gut schlafen, glaube ich. Hast du es jetzt? Jetzt verkauft es wieder. Hardwort Amulet. Aber jetzt brauchen wir es nicht mehr, glaube ich. Neu Meter, Hardwort Amulet oder Leaf. Ja. Ja. Ja, scheint ja mir dazu sein. Ja. Bei ihm schon. Aber normalerweise habe ich mir auch immer das. Und dann das andere gut oder andersrum. Ja, es macht schon Sinn, also Hardwort zu haben am Anfang. Allein durch den ganzen mp5 halt, aber. Wenn man sich selbst mal mp5. Meinen, die sind aber auch fixe unterwegs, nur fixe Burschen. Ja, auch richtig fixe Burschen. Fixe Burschen schafft von Smile. Hey, der hat mein Kokon kaputt gemacht. Ja, nee, habe ich. Wir haben Kelly getötet. Oh Gott. Behind you. Ich bin da freigelaufen. Gut, was hätte ich da machen sollen. Heilung, Heilung. Oh, die Heilung. Okay. Du hast weder die Heilung noch sie besiegt. Ja gut, sie besiegt da. Boah, nicht. Ich habe versucht, die Heilung zu holen, aber. Ja, ich weiß. Ich weiß, es hat mir das gegeben. Stets bemüht. Ja. Genau. Ich bin mit der Eins an ihr vorbeigehuscht. Dann hätte ich sie weggeschleudert. Gut. Einen Meter hinter dich, das hätte ich jetzt nicht viel geändert, glaube ich. Ja, doch, doch. Du hättest ja in der Zeit vielleicht ein, zweimal treffen können wir ja. Ach so. Ach so, als ich noch gelebt habe. Ja, ja. Oder wäre es vielleicht weggekommen oder wer weiß das schon. Oh, krass. Okay, ich bin jetzt so. Was ist denn das? Sieben Physiker Power oder 21 dann? 21. Krass, krass. Krass, krass. Also in meinen Kokons kriege ich 21 Physiker Power, weil ich dann über den Limit bin. Cool, dann tanz ich mal eine Runde dafür. Musst du nicht, dass du ja so viel bedeutest. Oh, come on. Okay. Scheiße. Ich habe schnell vergessen, was du eigentlich machst. Ja, jetzt die Antwort gekauft. Also ich weiß, er taucht dann ins... Er taucht unter... ...und das Wasser, aber was du dann macht wohl nicht. Irgendwann schnappst du dann zu. Weiß ich nicht. Okay, jetzt habe ich 23 mal... ...submatches, self-way-gainst, wenn die... ...protections, regeneriertes... Nein, komm zu mir. Ich brauche doch der Seite. Ja, aber ich sei. Ja, ist schon gut zu kurz sagen. Dann komm du zu mir, ich habe mich bewegt. Dann bin ich viel stärker. Aber ich muss das jetzt verkaufen. Nein. Doch. Das ist ein Schmutz-Eitem. Dann trämst du. Ja. Da bin ich nicht angepisst. Da bin ich vorher auf den Netting gegangen, bin ich ganz ehrlich. Nee. Das ist überbewertet. Ach, den Minion habe ich es aber gezeigt jetzt. Ach, Mann. Ach, guck mal. Kaum habe ich das geholt, ist er richtig gut geworden. Äh. Was? Jetzt ist er nur am Stil. So gut ist er geworden. Ich mach doch. Er war mir jetzt der Scheiß-Titan-Mail-Tower mich an. Cool, danke für deine Hilfe, bei Gin. Nee, nee, geh da raus, geh da raus. Was machst du denn? Ja, sollen alle angreifen? Jo. Also, als ob du den Phoenix überlebst mit meinem Leben. Klar, wenn alle angreifen, easy. Nee, wir machen alle nicht genug Schaden dafür. Lutscher. Ja. Da hole ich mir noch Wasser aus. Äh, der Fisch liegt vom Kopf aus. Was? Wo steckt der Fisch aus? Äh, wie hat sie denn jetzt den Kill gekriegt? Hätte ich es kriegen müssen. Nee, ich? Nee, ich? Das ist gar kein Sinn hier. Tö, 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 tö. Ups. Das kenne ich aber auch richtig gut mit ihm, ey. Hm. Das kenne ich aber auch gar nichts. Fuck you, du sagst, fuck you, wirklich, fuck you. Ja, das verdient, bin ich ehrlich. Ernsthaft, hat der gewartet, oder? Okay. Kurz umdrehen, gucken, wo sie sind. Schulter umdrehen, wenn ich Anti-dub18€- warum das nicht funktioniert das ist ja voll op also kann ich mir wird er gleichzeitig treffen storm seeker mit denen wenn du du kriegst text wie wenn du gibt götter triff ach so ja ja das muss ich weiß nicht ob da nur der erste hit zählt sonst wäre das ja voll krass aber ein bisschen team fight sind fünf gegner du kriegst 5 6 müsste man austesten probieren ich habe mich noch viel leben alter meine rei ich war gar nicht mehr auf dem feld weg war ich wo kann der denn jetzt her das ist ja nicht von der ist ja nicht vom tor aus den hätten wir ja gesehen vielleicht hätte ich die ganze zeit auf dem tor gesessen und zack ist auf einmal da gewesen ich hab dann kein press mehr kannst du dir nicht für hardware die aber ich schaden machen würde krass also mit schulung kriege ich was soll ich glaube ich bin an dem cap von dem alten angekommen was einem dann die damit gibt da steht 120 physiker power maximal ich bin weil 46 a3 sind meiner rechnung nach 120 einstein würde sagen ja das klingt tatsächlich noch ein 1 zu 1 zitat von albert einstein ich kann es nicht über die da steht Und Versuch wert. Warte. Scandalous. Ist auch immer auf der anderen Seite, ist doch scheiße. Die wissen wahrscheinlich auch warum. Ne, wissen sie gar nicht. Ach so. Ich gebe denen keine Tipps. Ja, das kann jetzt ja noch ein paar Stunden so gehen. Das ist halt nur rauskriegen. Einen rauskriegen, schnell töten, dann haben wir schon mal ein wenig. Weniger. Weniger. Und dann kommt er halt wieder und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Ne, aber dann haben wir ein wenig gekümmert. Und dann haben wir noch andere töten. Das der Band hat das jemals so funktioniert. Jetzt wird es funktionieren. Okay. Aber nicht, wenn ich mich treffen. Das ist leider richtig. Das ist eine Grundvoraussetzung in dem Fall. Ich würde auch Rd machen. Da hat die jetzt aber noch mal gut Damage gemacht. So wie Frank. Boah, jetzt bist du so gestoppt. Scheiße. Ja, gut Game, obwohl du dir Hardware nicht direkt gekauft hast. Ja. So ist das halt, ne? Machst du nix? Ne.